I'm a G, but you knew this All day Was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal Ihr seht oben 617 Crypto Points haben wir noch Crypto Keys um genau zu sein Und leider, 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 leider ist mir ein großer Fehler unterlaufen Nämlich habe ich was aufgenommen Was aber nicht in der Elgato gespeichert worden ist Das heißt also Ton und Kamera und alles hatte ich Aber der ganze Supply Drop Opening mit diesen zusätzlichen 10 Vorratslieferungen Und dieser Bribe Vorratslieferung klappte nicht Er hatte nicht aufgenommen die Elgato Blöde Sache, aber das ist egal Diese ganzen Contracts haben wir hier Win for the Contracts, bla 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 Diese 75 haben wir noch nicht gemacht Aber wir werden jetzt einfach mal ganz kurz gucken Ob wir hier noch ein paar Duplicates burnen können Ja, können wir auf jeden Fall machen Und dann starten wir einfach mal rein in ein kleines Supply Drop Opening Wenn ihr sowas sehen wollt, lasst auf meine Bewertung Da würde mich echt, echt freuen Und deswegen hauen wir auch gleich mal hier erstmal eine normale Common Supply Drop aus Ich würde mal sagen, wir machen immer abwechselnd Ich hatte mit den anderen auf jeden Fall mehr Glück Ja, das lassen wir gleich sein Das ist absoluter Bullshit Das bringt überhaupt nichts Machen wir das zweite Mal auf Wir hoffen mal, dass wir die Farmers ziehen Weil das ist eigentlich das Einzige, was ich wirklich gerne ziehen würde Ähm, und nichts anderes Eigentlich Farmers ist so das, was ich echt gerne ziehen würde Ja, sowas Gorgon, Trickdolls, alles und nix, nix tolles So, das ist aber schon was Gutes Komm, 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 komm Oh, Itching Die haben wir einfach relativ oft gezogen Wir haben die auch für die andere Für die Man-O-War habe ich die beispielsweise auch gezogen Leider in dem Pack Opening, was ihr noch nicht gesehen habt Ähm, was auch nicht gesehen wird Oh, die sieht ja ganz cool aus, die Calling Card Also, äh, die sieht echt ganz gut aus Die wirklich Ja, das war ein gar nicht so schlechtes Pack Kann man echt nicht sagen Wir machen jetzt einfach nochmal ein paar auf Und gucken mal Ah, komm schon, gib mir irgendwas Gutes Oh Das war jetzt blöd Komm Ähm, könnt ihr mal schreiben Warthorn, haben wir die, glaube ich, schon? Ich weiß es nicht Es kann sein Oh, sogar 30 Kryptos Also nur ein ganzes Pack Das war so ein sehr gutes Pack Ähm, ich weiß nicht genau Habt ihr schon die Farmers gezogen? Wenn ja, schreibt mir das mal in die Kommentare Würde mich echt mal interessieren Mit dem Hashtag Farmers Weil ich würde die gerne echt mal spielen Ich würde auch gerne damit mal aufnehmen Ich weiß nicht genau Ähm, wann ich die mal ziehe Aber das ist einfach so weit weg Das ist unglaublich Komm Ah Also diese Legendary Sachen Diese Dinger, die man da an Aufsätzen drauf machen kann Die sind einfach sowas von unsinnig Boah, das sieht aber heftig aus Das sieht richtig gut aus Also muss ich ehrlich sagen Das haben wir auch gleich mal ausgerüstet Das taugt auf jeden Fall Da haben wir jetzt 200 Kryptos auf den Kopf gehauen Das sieht auch gut aus Oh Einmal den Hulk haben wir gezogen Also schon mal ein paar coole Sachen dabei Kann man echt nicht anders sagen Und wir schauen mal Oh, Tiger, den haben wir schon Also wirklich diese Dinger da Sind echt, echt blöd Ihr habt mir auch wirklich relativ viele Sachen eingesendet Also diese Mysterica oder diese witzigen Tode Die sind echt witzig Die werden teilweise eingesendet Leider haben wir auch viele per Handy irgendwas eingesendet Irgendwelche coolen Trickshots und so weiter Wir können es auch so machen Ihr könnt mir gerne auch, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt Ich werde euch das mal jetzt gleich verlinken Das war jetzt auch die letzte Packung, die wir jetzt öffnen Den anderen Packs lasse ich nochmal zu So, dann sind wir jetzt auch am Ende dieses Pack Openings Ich wollte eine Sache noch kurz sagen Ich habe ja euch gesagt, ihr könnt mir gerne helfen Indem ihr mir eure witzigen Clips einsendet Ich habe schon ein paar bekommen Die sind echt ganz witzige dabei Ich werde glaube ich ein Video damit machen können Oder vielleicht auch zwei Ich bin mir noch nicht ganz sicher Aber viele von euch haben mir wirklich auch coole Clips eingesendet Schickt mir doch einfach mal mit dem Hashtag funny Oder dem Hashtag Clip Einfach mal per Privatnachricht Oder bei Facebook per Privatnachricht Der Link findet ihr ganz unten in der Infobeschreibung Einfach mal mir schicken Dann kann ich auch ganz normale Code Clips kommentieren Und die funny Sachen Also abwechselnd mal Je nachdem wie viele Clips wir haben Welche das immer abwechselnd bringen Das Video werde ich euch auf jeden Fall auch oben mal verlinken Könnt ihr euch gerne nochmal angucken Würde mich echt freuen Dann lasst auf meine Bewertung da Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Jungs und Mädels Haut da rein Und bis zum nächsten Mal Ciao